C3PO wird er ausgesprochen und wie wird er ausgesprochen? Cepo wahrscheinlich nicht, wa? Cepo Cepo, das ist Italiener. Also für mich war es, er hat sich angehört wie ein Italiener. Hey, Cepo. Komm es da, ja? Muss ich konzentrieren als eh nicht verkackt. So, den Dödel habe ich da und dann kommt ein schwarzer hinter. C3PO heißt der, okay. Keine Null, ist nur O. C3PO Cepo, come stai? Studio Italiano Ascola Cepo? Was hat die gehört oder nicht? So, okay. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Sieht aber gut aus. Ja. Ach, jetzt kommen wieder die komischen Dinger hier. Hei, 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 hei. Da suche ich mir ja einen Wolf hier. Ach, okay, das ist wer hier. Da habe ich drei von. Die werden verbunden mit so einem roten kleinen Ficker. Da. Ein da. Und rein da. Sind das genau dieselben? Ja. So. Ach du kacke, noch einer. Wird aber wild hier. Löcher zeigen nach oben. Dann kommt da so ein langer. Da. Der kommt ans Ende. Und die zwei kleinen blauen kommen an die äußeren beiden. Rein und rein. So, dann kommt der lange Luli. Der kommt da. Ne. Ah doch, der steht eins über. Was? So. Farawenz, danke dir für die 28 Monate. Playmobil ist besser. Ich hoffe, das ist ein Troll. Ich hatte früher auch Playmobil, aber ich fand Lego viel viel cooler als Playmobil. Was hat denn hier? Da hinten schon einer dran. Well, Rusty, die auch dank für die 11 Monate. So. So. Hier schließt er ab. Da steht eins über. Ist richtig. 47 habe ich auch gemacht. 49. Umdrehen. Den mit den Einkerbungen nach oben rein. So. Ach, du heilige Lucy. Dann kommen zwei von denen. Roar Sheep. Roar Sheep. Lässt 100 Bits da. Vielen Dank, man. Vielen, vielen Dank. Okay. So, werden die denn ganz durchgeschoben. Und ganz. So. Dann wird das wieder geflippt. Dann wird es aber nochmal gedreht. Ne, das ist vorne nochmal so ein. Oh. Da. Hä? Okay. Ist ja schon ganz drin. Einmal ja. Okay. So. Und der Spaß kommt jetzt vorne. Wird hier eingeführt. Aber oben oder unten? Muss oben. Okay. Geil. So. Alles richtig? Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich hoffe, das stimmt so. Irgendwie sieht das aus. Das wird sich das komische Spiegel hier nach oben hin. Okay. Weltklasse. Und langsam nimmst du vor, Mann. Ed van Schleck. Warum wurde ich nicht benachrichtigt, dass du live bist? Erst YouTube, jetzt Twitch. Alles geht in den Bach runter. Das ist bei Twitch nichts bekommen. Ed van Schleck. Deswegen absolut in die Steam-Gruppe. Bei Twitter folgen. Da kriegt ihr alles mit, was in meinem Leben passiert. Bei Instagram. Könnte ich das noch irgendwo an? Ja gut. Facebook ist dead. Aber Ausbruchzeichen Instagram und Ausbruchzeichen Twitter können wir mal fertig machen und ein Follow da lassen. Da bin ich richtig aktiv. Übernächste Minute. Dir auch danke für die neuen Monate. So. Oh, jetzt wird es komisch. Hier sind ganz eigenartige Teile. Nämlich die hier. So. Und das baue ich jetzt nochmal in die andere Richtung. Hier we go. Oh yeah. Hier comes the money. So. Ich wollte mich nochmal bedanken für die geilste Unterhaltung Trilux Love. So. Kein Ding, Alter. Da war das. Sinne. Dankeschön für die 500 Bits. Hä? Da kommen. Achso. Ja, die sind ja drei lang. Okay. Video ist noch nicht online. Das kommt jetzt leider morgen erst. Tali. Ich habe das Video ge-re-uploaded. Es wurde dann aber wieder nicht in der, äh, in der Abo-Box angezeigt. Trotz Reupload. Und scheinbar ist YouTube irgendwie gerade wieder dead und deswegen lade ich es dann morgen hoch. So. Und Vierer kommt auf einen hoffentlich dunkelgrauen Zweier. Dann wird der drunter geklemmt. Dann kommt dann Vierer drauf. Und dann der hier mit dem Gelenk. Und das Gelenk zeigt zu mir. Richtig? So. Das kommt jetzt hier drunter, glaube ich. Das ist komisch, weil das jetzt eins höher ist. Ich hoffe, das ist richtig so. Können wir mal kurz bestätigen? Stimmt das so? Ich glaube, ja. Was mich irritiert ist, dass der hier ein tiefer ist als auf der anderen Seite. Guten Abend allerseits. Grüß dich, White Crane. Diable und Rates Bonau. Vielen Dank euch beiden für die Re-Subs. Okay. Okay. Ich glaube, das stimmt. Das muss ich jetzt nochmal auf der anderen Seite machen. Spiegel verkehrt. Ah, ne. Das ist ein bisschen anders. Da soll ich einen Fünfer ziehen. Nein. Drei, sechs, acht. Auf einen fünf langen. Das sind sechs. Das sind vier. Äh. Hä? Oh nein, ich habe wieder irgendwas falsch gemacht. Jetzt zählt mal nach. Hier bei der 58. Mein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langer. Soll auf einen drauf. Ah ne, das sind sechs. Ich habe mich verzählt. Ne, Moment. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Chattet ihr jetzt schon? Ihr chattet schon, Alter. Ihr chattet direkt. Das hätte man nicht so tilt, Alter. So. Genau. Dann kommt das Gelenk-Ding. Gelenk diesmal nach außen. Ich weiß, dass der weiß falsch ist. Merke ich gerade auch. So. Der muss da. Und dann ein einzelner da rein. So. 0,165. 0,005. 0,190. 0,545. 0,055. war das auch klasse lorenz dank für die zwei monate da kommen ja muss ich wieder einlochen ok und die kommen jetzt hier drauf beide beide aha ok dadurch dadurch erreichen wir so eine leichte spreizung hier wie ihr seht das am ende spitz zuläuft das ist sehr interessant das weiß ich auch wie sowas funktioniert was haben wir das hier zugespachtelt da auch noch mal und einer von denen kommt darauf extra daywalker danke für die drei monate 59 fehlt noch stimmt wenn ich aber jetzt noch nachholen und den habe ich es gibt wo wäre hat mich anrufen muss ja kurz rückrufen nicht dass sie wieder was mit meinem auto gemacht hat ohne uns zuerst mal hallo ja cool wie wie du rufst mich an ich brauche hat lego was brauchst du nachher nicht spaghetti boah fleisch ja dann weiß ja jetzt was zu tun ist also wir sehen uns gleich in halben stunde ok so kacke erinnert mich dass ich ungefähr in 30 minuten die tür hinter mir abschließe sonst werde ich gleich irgendwelche sachen wieder in den hinterkopf geschmissen bekommen alles klar 59 habe ich gemacht 60 61 habe ich so jetzt wird es wieder jetzt wird es wieder wilder und ganz lange da kommen vorne wieder drauf manchmal verkeilen die sich aber geht sie sind doch nur safe ja spaghetti sind eigentlich auch safe du wäre magst du gerne spaghetti carbonara und ich bin halt mehr so der bolognese fan aber er macht immer carbonara fertig aber irgendwie feier ich carbonara nicht so oh warte mal ah das war falsch ok jetzt habe ich das auch verstanden ok dann nehmen wir mal unser tool weil wenn du dir für den stream die fingernägel schneidest geht das natürlich nicht ach das ist butter das ist sahne das ist erstklassig schreiben wir im chat team carbonara oder team bolognese gleich mag ich auch nur die carbonara die vera zaubert nicht aber für mich ist es lifetime bolognese ach soll ich zweimal bauen hier den lulli ok team beides you play was wirst du denn für ein fan team bolo team beides carbonara team pizza einfach noch pizza mal nur zu spaghetti pizza übrigens die ist safe team bolognese team carbonara oh das 50 50 glaube ich oh das wird eng vielleicht musst du mal einen modden straw poll fertig machen so habe ich zweimal gebaut aber wo sollen die jetzt drauf das ist grad für mich nicht ganz sicher sichtlich doch jetzt sehe ich es da rein da kommen die rein lasagne ist auch so safe aber das ding ist spaghetti ist kein arbeitsaufwand wenn du eine gute lasagne selber machen willst das dauert ich habe das einmal gemacht das war sogar das war mit wiki früher noch da haben wir mal selber lasagne gemacht und man muss ja nach innen oder außen zeigen nach innen überhaupt was ich hier mache der winkel muss nach innen geht ja auch gar nicht anders das ist wrong 3 4 5 5 6 we und